Die hier natürlich wieder einmal sogar von Kurt Braunen unterstützt wird, der Flagge zeigt in jeder Beziehung, nicht nur hier mit den kanadischen Farben. Auch sie zeigt eine gute Sprungkombination, dreifacher Tulop, Doppeltulop, der Doppelachsel einwandfrei. Sie interpretiert die Musik, Bluesmusik von Louis Armstrong. Musik Ja, der Doppel fliegt nicht ganz einwandfrei. Musik Lisa Sargent aus Kanada mit einer guten Leistung, die wiederum viel Applaus bei den 12.000 Zuschauern. Hier im Metro Center in Halifax herausfragen. Musik Hier sehen wir nochmal die Sprungkombination. Drei-facher Tulop, Doppeltulop. Und das war einwandfrei. Der Doppelachsel. Ja, die zweieinhalb Drehungen sehr gut gelungen. Jetzt die Wertung für Lisa Sargent. 5,6. Dabei aber die Preisrichter Mehrheit liegt bei 5,5. Die Wertung für den künstlerischen Eindruck. Damit geht sie in Führung vor Christi Yamaguchi und Evelyn Großmann. Midori Ito, 19 Jahre jung. Dieter des H betterNS, 22 Jahre jung.